Heute ist der 12. Juni 2011. Wir zählen jetzt mal kurz die Kreuze hier über meinem Haus. Ich zähle hier Kreuznummer 1, Kreuznummer 2, Kreuznummer 3, Kreuznummer 4, Kreuznummer 5 und hier oben sehen wir Kreuznummer 6. Sechs Kreuze in unmittelbarer Nähe von meinem Haus, direkt hier über unserem Himmel, hier in Müllhausen-Ehingen. Alles innerhalb von einer halben Stunde ungefähr. Herzlich willkommen.